Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 3,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, LED kombiniert mit LED-Dimmern kann einen zur Verzweiflung bringen. Entweder völlig überteuert oder und Brummgeräusche die ziemlich nerven. Ich war sehr überrascht. Es hat auf Anhieb einwandfrei funktioniert, ohne Brummen. Die Dimmfunktion kann über ein breites Spektrum geregelt werden. Allerdings muss man sich im Klaren sein, dass der Dimmer am Ausgang des Trafos installiert werden muss. Es sollte noch etwas Raum in der Deckenbefestigung vorhanden sein. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.